Bevor man auf Tour geht, sollte man auf jeden Fall sein Bike kontrollieren. Man muss schauen, ob die Bremsen noch funktionstüchtig sind, ob die Bremsbackerl auf keinen Fall abgefahren sind, ob genug Luft in den Reifen ist, ob die Schaltung funktioniert und vor allem, ob die Kette geölt ist. Das sind Sachen, die kann man selbst kontrollieren und eventuell, wenn die Kette zum Beispiel sehr trocken ist, kann man das selbst nachölen. Man muss nicht wegen jeder Kleinigkeit unbedingt ins Geschäft gehen und das Bike zu einem großen Service bringen.